Hallo zusammen, willkommen bei unserem Adventskalender Gewinnspiel heute am 8.12. Heute verlosen wir eine 1 Liter Glosscoost Sprühversiegelung und die Frage, die ihr dazu beantworten müsst, ist die folgende. Wofür steht die Maßeinheit GSM? Viele von euch haben das auf den Mikrofasertüchern sicherlich schon öfters gelesen, aber wofür steht die Maßeinheit eigentlich? Einfach eure Antwort als Kommentar hier unter das Video schreiben und schon nehmt ihr dran teil. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal!